Karl von Eckartshausen Die Wolke über dem Heiligtum Erster Brief Für den stillen und ruhigen Beobachter ist kein Jahrhundert merkwürdiger als das Unsrige. Überall Fermentation und Gärung, im Geiste der Menschen wie im Herzen. Überall Kampf des Lichts mit der Finsternis, Kampf der toten Ideen mit den Lebendigen, des toten, ohnmächtigen Willens mit der lebendigen, tätigen Kraft. Krieg des Tiermenschen gegen den kommenden Geistmenschen. Biete deine letzten Kräfte nur auf, du Naturmensch. Dein Kampf selbst verkündigt die höhere Natur, die in dir schlummert. Du ahntest, du fühlst deine Würde. Aber noch ist alles dunkel um dich her, und die Lampe deiner schwachen Vernunft ist nicht hinlänglich, dir die Objekte zu beleuchten, nach denen du trachten sollst. Man sagt, wir leben im Jahrhundert der Aufklärung. Richtiger wäre der Ausdruck, wenn wir sagten, im Jahrhundert der Dämmerung. Dort und da bricht der Lichtstrahl durch den Nebel der Finsternis, aber noch beleuchtet er unsere Vernunft und unser Herz nicht rein. Die Menschen sind über ihre Begriffe nicht einig, die Gelehrten zanken sich, und wo Zank ist, ist noch keine Wahrheit. Die wichtigsten Gegenstände für die Menschheit sind noch unberechtigter. Man ist weder über das Prinzip der Vernunft noch das Prinzip der Moralität oder Willensmotiv einig. Ein Beweis, dass wir im Mittel der großen Zeit der Aufklärung noch nicht recht wissen, wie es um unseren Kopf und um unser Herz steht. Vielleicht wüssten wir all dieses eher, wenn wir uns nicht einbildeten, wir hätten schon die Kerze der Erkenntnis in der Hand, wenn wir einen Blick auf unsere Schwäche werfen und erkennen könnten, dass uns noch ein höheres Licht fehlt. Wir leben die Zeiten der Vernunft-Anbetung. Wir setzen eine Pechfackel auf den Altar und schreien laut, es wäre nun Sonnenaufgang, es werde wirklich durch uns Tag, in dem die Welt durch Künste und Wissenschaften und verfeinerten Geschmack und selbst durch reine Erkenntnisse der Religion sich immer mehr aus der Dunkelheit zum Licht und zur Vollkommenheit emporhebt. Arme Menschen, wie weit habt ihr es denn mit der Menschenglückseligkeit gebracht? War wohl je ein Jahrhundert, das so viele Opfer der Menschheit kostete als das jetzige? War je ein Jahrhundert, wo die Unsittlichkeit größer, der Egoismus herrschender war als das jetzige? Die Früchte verkündigen die Eigenschaften des Baumes. Betörte Menschen mit eurer eingebildeten Naturvernunft, woher habt ihr denn das Licht, womit ihr so hell den anderen leuchten wollt? Sind eure Ideen alle nicht von der Sinnlichkeit erborgt, die euch keine Wahrheit, sondern nur Erscheinungen gibt? Ist alles das, was in Zeit und Raum das Erkennbare gibt, nicht relativ? Ist alles das, was wir Wahrheit nennen können, nicht relative Wahrheit? Absolute Wahrheit ist in der Sphäre der Erscheinungen nicht zu finden. Eure Naturvernunft hat also nicht das Wesen, sondern nur den Schein der Wahrheit und des Lichts. Je mehr aber dieser Schein zunimmt und sich ausbreitet, desto mehr nimmt das Wesen des Lichts im Innern ab und der Mensch verliert sich im Schein und tappt nach glänzenden Bildern ohne Wirklichkeit. Die Philosophie unseres Jahrhunderts erhebt die schwache Naturvernunft zur unabhängigen Objektivität. Sie schreibt ihr gar eine gesetzgebende Macht zu, beraubt sie der höheren Kraft, macht sie selbstständig und schafft sie zu einer wirklichen Gottheit um, da sie zwischen Gott und ihr allen Zusammenhang, alle wirkliche Gemeinschaft abschneidet und dieser Vernunft Gott, der kein Gesetz als sein eigenes hat, soll die Menschen regieren und sie glücklich machen, die Finsternis soll das Licht verbreiten, die Armut soll Reichtum geben und der Tod soll lebendig machen. Wahrheit führt die Menschen zu ihrem Glück. Könnt ihr sie geben? Das, was ihr Wahrheit nennt, ist inhaltsleere Begriffform, übersinnliche oder unzugängliche Gegenstände von außen durch die Sinne erlangt und vom Verstand durch eine Synthese der bemerkten Verhältnisse in Wissenschaft oder in Wahn zusammengeordnet. Materielle Wahrheit habt ihr keine. Das geistige und materielle Prinzipium ist euch Nuomen. Moralische Wahrheit, sowohl die theoretische als praktische, abstrahiert ihr aus Schrift und Tradition. Da aber die Selbstheit euer Vernunftprinzip ist und Egoismus nur Willensmotiv, so seht ihr entweder durch euer Licht das gebietende Sittengesetz nicht oder ihr stoßt es mit eurem Willen zurück. Soweit hat es die jetzige Aufklärung gebracht. Selbstheit im Gewand der philosophischen Heuchelei ist das Kind des Verderbens, das sie der Welt gebar. Wer kann behaupten, die Sonne steht am Mittag, wenn kein Lichtstrahl die Gegend erfreut, keine Wärme die Pflanzen erquicket? Wenn Weisheit die Menschen nicht bessert, wenn keine Liebe sie glücklicher macht, so ist fürs Ganze noch wenig geschehen. Oh, wenn der Natur- oder Sinnenmensch doch einsehen lernte, dass sein Vernunftprinzip nur Eigenheit hat, sein Willenmotiv nur Selbstheit ist und dass er eben darum äußerst elend und unglücklich sein muss, so würde er ein höheres Prinzip in seinem Innern aufsuchen und sich der Quelle nahen, die dieses Prinzip allen geben kann, weil es Weisheit in der Wesenheit ist. Christus ist Weisheit, Wahrheit und Liebe. Als Weisheit ist er das Prinzip der Vernunft, die Quelle der reinsten Erkenntnis. Als Liebe ist er das Prinzip der Moralität, das wesentliche, reine Willensmotiv. Liebe und Weisheit ergänzet den Geist der Wahrheit, das innere Licht, das übersinnliche Gegenstände in uns erleuchtet und ihnen Objektivität gibt. Es ist unbegreiflich, wie weit der Mensch in den Irrtum hinunter sinkt, wenn er die einfältigen Wahrheiten des Glaubens verlässt und seine Meinung dagegen aufstellt. Unser Jahrhundert will das Prinzip der Vernunft und der Moralität oder das Willensmotiv durch den Kopf bestimmen. Und wenn die Herren Gelehrten aufmerksam wären, würde es sich vielleicht im Herzen des einfältigsten Mannes besser bestimmt finden lassen, als in allen ihren glänzenden Räsonnements. Der praktische Christ findet dieses Willensmotiv, das Prinzip aller Moralität, objektiv und reell in seinem Herzen. Und es drückt sich in folgender Formel aus. Liebe Gott über alles, den Nächsten wie dich selbst. Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten ist das Willensmotiv des Christen und die Wesenheit der Liebe selbst ist Christus in uns. So ist das Prinzip der Vernunft, die Weisheit in uns und das Wesen der Weisheit, die Weisheit in der Substanz, ist wiederum Christus, das Licht der Welt. Wir finden also in ihm das Prinzip der Vernunft und der Moralität. Alles das, was ich hier sage, ist nicht hyperphysische Schwärmerei. Es ist wirkliche Realität, absolute Wahrheit, die jeder durch die Erfahrung selbst prüfen kann, sobald er das Prinzip der Vernunft und der Moralität Christum als Weisheit und Liebe in sich aufnimmt. Er hat sich selbst die Wahrheit genannt und er allein ist Weisheit und Liebe. Allein für den absoluten Grund alles Wahren und Transzendentalen ist der Sinnenmensch tief verschlossen und eben die Vernunft, die wir heutzutage als Gesetzgeberin auf den Thron erheben wollen, ist bloß Sinnenvernunft, dessen Licht, wie der Schimmer des faulenden Holzes, von dem Schimmer der Sonne verschieden ist. Absolute Wahrheit ist für den Sinnenmenschen nicht, sie ist bloß für den Innern, für den Geistmenschen, der ein eigenes Sensorium besitzt oder pünktlicher zu sagen, einen inneren Sinn, um die absolute Wahrheit der transzendentalen Welt aufzunehmen, einen geistigen Sinn, der geistige Gegenstände so natürlich zur Objektivität benutzt, als der äußere Sinn die äußeren Gegenstände. Dieser innere Sinn des Geistmenschen, dieses Sensorium einer metaphysischen Welt ist leider denen noch nicht bekannt, die außen sind und ist ein Geheimnis des reiches Gottes. Der jetzige Unglaube gegen alles das, von welchem unsere Sinnenvernunft keine Sinnenobjektivität hat, ist schuld, dass man die wichtigsten Wahrheiten für die Menschen misskennt. Wie kann es aber auch anders sein? Um zu sehen, muss man Augen haben, um zu hören, Ohren. Jedes sinnliche Objekt fordert seinen Sinn. So fordert auch das transzendentale Objekt sein Sensorium und eben dieses Sensorium ist den meisten Menschen verschlossen. Daher urteilt der Sinnenmensch von der metaphysischen Welt wie der Blinde von der Farbe und wie der Gehörlose von dem Ton. Es gibt ein objektiv-substantielles Vernunftprinzip und ein objektiv-substantielles Willensmotiv. Diese beide zusammen sind das neue Lebensprinzip und die Moralität ist eben wesentlich inhärent. Diese vereinigte, reine Vernunft und Willensubstanz ist der göttlich-menschliche Christus, das Licht der Welt in uns, der mit uns unmittelbar in Verbindung treten muss, um real erkannt zu werden. Diese reale Erkenntnis ist der lebendige Glaube, wo alles in Geist und Wahrheit übergeht. Es muss also notwendig für diese Aufnahme ein organisiertes geistiges Sensorium geben, ein geistiges inneres Organ, das zu dieser Lichtaufnahme empfänglich ist und in den meisten Menschen aber unter dem Ernste der Sinnlichkeit verschlossen liegt. Dieses innere Organ ist der Intuitionssinn der transzendentalen Welt. Und bevor dieser Intuitionssinn in uns geöffnet wird, können wir keine Objektivität höherer Wahrheiten haben. Die Verschlossenheit dieses Organs ist die notwendige Folge des durch den Fall versinnlichten Menschen. Der rohe Stoff, der dieses innere Sensorium umhüllt, ist die Schuppe, die das innere Auge deckt und das Äußere unfähig macht, in die Geisterwelt zu sehen. Dieser entnämliche Stoff verstopft unser inneres Ohr, damit wir die Laute der metaphysischen Welt nicht vernehmen und lähmt unsere innere Zunge, damit wir die Kraftworte des Geistes nicht mehr zu stammeln vermögen, die wir einst aussprachen und wodurch wir der äußeren Natur und den Elementen geboten. Im Anschluss dieses geistigen Sensoriums liegt das Geheimnis des neuen Menschen, das Geheimnis der Wiedergeburt und der innersten Vereinigung des Menschen mit Gott, der höchste Zweck der Religion hinneben, die Gottesvereinigung im Geist und Wahrheit zur höchsten Menschenbestimmung hat. Wir können aus diesem leicht wahrnehmen, warum die Religion immer auf Unterjochung des Sinnenmenschen dringt. Die Ursache liegt darin, weil sie den Geistmenschen will herrschend machen, dass der Geist oder wahre Vernunftmensch über den Sinnenmensch herrschen muss. Diese Wahrheit fühlt auch der Philosoph, nur ist sein Irrtum darin, dass er das wahre Prinzip der Vernunft nicht kennt und an dessen Stelle seine Eigenheit setzen will, seine Sinnenvernunft. Wie der Mensch in seinem Innern ein geistiges Organ und Sensorium hat, das reale Vernunftprinzip oder die göttliche Weisheit oder das reale Willensmotiv oder göttliche Liebe aufzunehmen, so hat er im Äußern ein physisches, materielles Sensorium, den Schein des Lichts und den Schein der Wahrheit aufzunehmen. Da die äußere Natur keine absolute Wahrheit hat, sondern nur die relative der Erscheinung, so kann die menschliche Vernunft notwendig auch keine Verstandeswahrheit, sondern nur den Schein der Erscheinung erhalten, die in ihm zum Motiv seines Willens nur die Begierlichkeit rege macht, worin das Verderben des sinnlichen Menschen oder der verdorbenen Natur besteht. Dieses äußere Sensorium des Menschen ist aus einer ungleichförmlichen, verweslichen Substanz zusammengesetzt, wie das Innere ein unverweslich, transzendentales und metaphysisches Wesen zur Grundlage hat. Das erste ist die Ursache unserer Verweslichkeit und Sterblichkeit, das zweite die Ursache der Unverweslichkeit und Unsterblichkeit. In den Regionen der materiellen oder verweslichen Natur überkleidet das Sterbliche das Unsterbliche. Daher entspringt aus dem verweslichen Stoff der Sterblichkeit all unser Elend. Damit der Mensch von diesem Elend befreit werde, ist es notwendig, dass das Unsterbliche in unserem Inneren liegende, unverwesliche Prinzip sich entwickle und gleichsam das Verwesliche und Sterbliche verschlinge, damit die Hülle der Sinnlichkeit abgestreift und der Mensch in seiner ursprünglichen Reinheit zu erscheinen vermag. Diese Kruste der sinnlichen Natur, die eine wirklich verwesliche und in unserem Blute liegende Substanz ist, bildet die Ketten des Fleisches, welche unseren unsterblichen Geist im gebrechlichen Fleisch gefesselt halten. Diese Kruste kann in jedem Menschen mehr oder weniger aufgeschlossen werden, wodurch der Geist mehr in Freiheit gesetzt und daher mehr Objektivität des Transzendentalen erhält, welchem er sich nähert. Es sind drei Stufen oder drei verschiedene Grade der Aufschließung unseres geistigen Sinnes oder Sensoriums. Der erste Grad geht nur bis zum sittlichen Guten und die transzendentale Welt wirkt in uns durch innere Bewegungen, die man Einsprechungen nennt. Der zweite und höhere Grad schließt unser Sensorium zur Empfänglichkeit des Geistig- und Intellektuellen auf, und die metaphysische Welt wirkt in uns durch innere Erleuchtungen ein. Der dritte und höchste, aber auch seltenste Grad schließt das ganze Innere, die unser geistiges Auge und Ohr verschließende Kruste, auf und gewährt uns gänzliche Anschauung im Geisterreich, Objektivität der metaphysischen, transzendentalen Gegenstände, wodurch sich auf einmal alle Visionen ganz natürlich erklären lassen. Wir haben also im Innern ebenfalls Sinn und Objektivität wie im Äußern, nur sind die Gegenstände und Sinne verschieden. Im Äußern ist das tierisch-sinnliche Motiv, das auf uns wirkt, und der korrupteste Sinnenstoff nimmt die Einwirkung auf. Im Innern ist es die unteilbare metaphysische Substanz, die in uns einfließt, und das unverwesliche, unsterbliche Wesen unseres Geistes, das diese Einflüsse aufnimmt. Im Ganzen geht es aber im Innern so natürlich zu, als im Äußern. Das Gesetz ist überall das Nämliche. Da also der Geist oder unser innerer Mensch einen ganz anderen Sinn und eine andere Objektivität als der Naturmensch hat, so ist es nicht im Geringsten zu verwundern, dass er ein Rätsel für die Gelehrten unseres Jahrhunderts bleibt, die diesen Sinn nicht kennen und nie eine Objektivität der transzendentalen und Geisterwelt gehabt haben. Sie messen daher mit dem Maß der Sinnlichkeit das Übersinnliche, verwechseln verwesliche Motive mit der unverweslichen Substanz und urteilen also notwendig so falsch über einen Gegenstand, als Menschen urteilen müssen, denen der Sinn fehlt und die folglich keine Objektivität von der Sache haben. Folglich auch weder relative noch absolute Wahrheit. Der kantischen Philosophie verdanken die Wahrheiten, die wir da anführen, unendlich viel. Kant hat unwidersprechlich dargetan, dass die Vernunft in ihrem natürlichen Zustande vom übersinnlichen, geistigen und transzendentalen gar nichts wisse und dass sie nichts, weder analytisch noch synthetisch zu erkennen vermöge und folglich weder von Geistern, Seelen noch Gott weder Möglichkeit noch Wirklichkeit erweisen könne. Dieses ist eine große und höchst wohltätige Wahrheit für unsere Zeiten. Paulus hat sie zwar schon im ersten Korintherbrief Kapitel 2 Vers 24 gesetzt, allein die heidnische Philosophie christlicher Gelehrter wusste sie bis auf Kant zu entfernen. Die Wohltat dieser Wahrheit ist zweifach. Einmal setzt sie der Empfindung, dem Fanatismus und der Vernunftsschwärmerei unübersteigliche Grenzen. Zweitens setzt sie die Notwendigkeit und Göttlichkeit der Offenbarung in das glänzendste Licht, in dem erwiesen ist, dass unsere Menschenvernunft bei ihrer Verschlossenheit für Übersinnliches ohne Offenbarung gar keine objektive Quelle hat, um sich von Gott, der Geisterwelt, Seele und Seelenunsterblichkeit daraus zu belehren und es folglich absolut unmöglich wäre, von diesen Dingen etwas zu wissen noch zu vermuten. Wir sind es also Kant schuldig, dass er nun auch den Philosophen bewiesen hat, wie es in einer höheren Schule der Lichtgemeinde schon längst erwiesen war, dass ohne Offenbarung keine Gotteserkenntnis noch keine Seelenlehre möglich war, woraus klar zu ermessen ist, dass allen Religionen in der Welt eine Universaloffenbarung zur Grundbasis dienen muss. Nach Kant ist es also erwiesen, dass die Verstandeswelt der natürlichen Vernunft ganz unzugänglich ist. Gott wohnt in einem Licht, zu dem keine Spekulation, keine unaufgeschlossene Vernunft hindurchzudringen vermag. Der Sinnen- oder Naturmensch hat also keine Objektivität des Transzendentalen. Es war ihm die Offenbarung höherer Wahrheiten notwendig, und eben darum wird ihm auch der Glaube an die Offenbarung notwendig, weil ihm durch den Glauben die Mittel gegeben werden, sein inneres Sensorium aufzuschließen, wodurch die dem Naturmenschen unzugänglichen Wahrheiten objektiv werden können. Es ist ganz richtig, dass wir mit neuem Sinnen neue Objektivität erhalten. Diese Objektivitäten können vielleicht schon da sein, aber von uns nicht bemerkt werden, weil uns das Organ der Rezeptivität fehlt. So ist die Farbe da, obwohl sie der Blinde nicht sieht. So existiert der Ton, obwohl ihn der Taube nicht hört. Der Mangel liegt nicht im aufzunehmenden Objekt, er ist im Mangel des rezipierenden Organs aufzusuchen. Mit Entwicklung eines neuen Organs haben wir neue Wahrnehmungen, neue Objektivitäten. Die Geisterwelt ist für uns nur darum nicht da, weil das Organ in uns nicht entwickelt ist, dass sie uns objektiv macht. Mit Entwicklung des neuen Organs ist der Vorhang auf einmal hinweggenommen, der bisher undurchdringliche Schleier ist weggenommen. Die Wolke vor dem Heiligtum ist verschwunden, eine neue Welt ist auf einmal für uns da, die Schuppe fällt vom Auge und wir sind auf einmal vom Land der Erscheinungen, im Lande der Wahrheit. Gott allein ist Substanz, absolute Wahrheit. Er allein ist der, der er ist. Wir sind die, die er aus uns macht. Für ihn ist alles in Einheit da, für uns alles in Mannigfaltigem. Für diese Öffnung des inneren Sensoriums haben viele tausend Menschen gar keinen Sinn, so wenig, als sie Sinn für das wahre innere Geistlebensobjekt haben, das sie gar nicht kennen, noch ahnen. Daher können sie unmöglich wissen, dass das Geistige und Transzendentale sich fassen lasse und dass man zum Übersinnlichen bis zum Anschauen erhoben werden kann. Der große und wahre Tempelbau besteht ewig darin, die armselige adamische Hütte einzureißen und den Tempel der Gottheit zu erbauen. Das ist mit anderen Worten gesagt, das innere Sensorium oder Gottes aufnehmendes Organ in uns zu entwickeln, nach welcher Entwicklung das metaphysische, unverwesliche Prinzip über das Irdische herrschen wird, wonach der Mensch nicht mehr in dem Prinzip der Eigenliebe, sondern im Geist und Wahrheit, dessen Tempel er ist, zu leben anfängt. Das Sittengesetz wird dann zu Menschenliebe und Tat, da es bei den Sinnen und äußeren Naturmenschen nur bloße Denkform bleibt und der Geistmensch als Wiedergeborener im Geist sieht dann alles das im Wesen, wonach der Naturmensch nur leere Denkformen, leeren Ton, Sinnbilder und Buchstaben hat, die alle ohne den inneren Geist leblose und tote Bilder sind. Der höchste Zweck der Religion ist innigste Vereinigung des Menschen mit Gott und diese Vereinigung ist auch hinieden schon möglich, allein auf keine andere Art als durch den Aufschluss unseres innern geistigen Sensoriums, der unser eröffnetes Herz rezeptibel zu Gottes Aufnahme macht. Dieses sind folglich große Geheimnisse, von welchen sich unsere Philosophie nichts träumen lässt und zu welchen die Schlüssel nicht bei den Schulgelehrten zu finden sind. Unterdessen hat immer eine höhere Schule existiert, der dieses Depositum aller Wissenschaft anvertraut war und diese Schule war die innere Lichtgemeinde des Herrn, die Gesellschaft der Erwählten, die von der Schöpfung des Menschen an bis auf die jetzige Zeit ununterbrochen fortging. Deren Mitglieder in der ganzen Welt zwar zerstreut, aber immer durch einen Geist und eine Wahrheit geeint waren, die nur eine Erkenntnis, nur eine Wahrheitsquelle, nur einen Herrn und Meister haben, in welchem die Universalgottesfülle substanziell wohnt und der sie allein in die hohen Mysterien der Natur sowohl als der Geisterwelt einweihte. Und diese Lichtgemeinde wurde von jeher die unsichtbare innere Kirche genannt oder die älteste Gemeinde, von der wir Ihnen im künftigen Brief das mehrere sagen werden. Karl von Eckartshausen Die Wolke über dem Heiligtum Zweiter Brief Es ist notwendig und nützlich, meine Brüder, Ihnen einen reinen Begriff von der inneren Kirche beizubringen, von jener Lichtgemeinde Gottes, die in der ganzen Welt zerstreut, nur aber durch eine Wahrheit regiert und durch einen Geist verbunden ist. Diese Lichtgemeinde ist die Gesellschaft der Erwählten, die das Licht in der Finsternis erkennen und dasselbe in seinem Evangelium aufnehmen. Diese Lichtgemeinde besitzt eine Schule, in der der Geist der Wahrheit selbst die nach Lichtdürstenden unterrichtet. Und alle Geheimnisse Gottes und der Natur sind in dieser Schule für die Kinder des Lichts aufbehalten. Vollkommene Gotteskenntnis, vollkommene Naturkenntnis, vollkommene Menschheitkenntnis sind die Gegenstände des Unterrichtes dieser Schule. Aus ihr kommen alle Wahrheiten in die Welt. Sie war die Schule der Propheten und aller Weisheit Suchenden. Und in dieser Gemeinde allein ist die Wahrheit und die Enträtselung aller Geheimnisse und Mysterien zu finden. Sie ist die allerinnerste Gemeinde und besitzt Mitglieder mehrerer Welten. Hier folgen die Begriffe von ihr. Von jeher lag dem Äußeren ein Inneres zugrunde, von welchem Inneren das Äußere nur Expression, Grundriss war. So war von jeher eine innere Versammlung Gesellschaft der Auserwählten, der Lichtfähigen und Lichtsuchenden und diese innere Gesellschaft wurde das innerste Heiligtum oder die innere Kirche genannt. Alles, was die äußere Kirche an Symbolen, Zeremonien und Ritualen besitzt, ist Buchstabe, von dem der Geist und die Wahrheit in der inneren Kirche liegt. Die innere Kirche ist also eine Gesellschaft, von der die Mitglieder in der ganzen Welt zerstreut sind, die aber im Inneren nur ein Geist der Liebe und Wahrheit verbindet und die von jeher an dem großen Tempel bauten, an der Regeneration der Menschheit, durch die das Reich Gottes wird offenbar werden. Sie besteht in der Gemeinschaft der Lichtfähigen oder Erwählten. Diese Lichtfähigen sind durch den Geist und die Wahrheit verbunden und ihr Oberhaupt ist das Licht der Welt selbst. Christus, der Lichtgesalbte, der einzige Mittler des Menschengeschlechts, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Urlicht, die Weisheit, das einzige Medium, wodurch die Menschen wieder zu Gott gelangen können. Die innere Kirche entstand gleich nach dem Fall des Menschen und erhielt von Gott unmittelbar die Offenbarung, wie und auf welche Art das gefallene Menschengeschlecht wieder zu seiner Würde erhöht und von seinem Elend erlöst werden wird. Sie bekam das Urdepositum aller Offenbarungen und Mysterien und den Schlüssel der wahren Wissenschaft, sowohl des Göttlichen als auch des Natürlichen. Da sich aber die Menschen vervielfältigten, so machte die Gebrechlichkeit des Menschen und seine Schwachheit eine äußere Gesellschaft notwendig, die die Innere verborgen hielt und Geist und Wahrheit durch den Buchstaben deckte. Denn da das Vielfältige, die Menge, das Volk, die großen inneren Geheimnisse nicht zu begreifen fähig war und die Gefahr zu groß gewesen sein würde, den Unfähigen das Allerheiligste anzuvertrauen, so wurden die inneren Wahrheiten in äußere sinnliche Zeremonien eingehüllt, damit durch das Sinnliche und Äußere als Sinnbild des Inneren der Mensch nach und nach befähigt wurde, den inneren Wahrheiten des Geistes näher geführt zu werden. Das Innere aber war immer dem Lichtfähigsten seiner Zeit anvertraut und er war der Besitzer des Urdepositums als Hohepriester im Heiligtum. Da wegen der Schwachheit der Menschen, die nicht fähig waren, den Anblick des Lichts zu ertragen, sich die inneren Wahrheiten in äußere sinnbildliche Zeremonien einhüllen mussten, so entstand der äußere Kultus, der aber immer Typus und Sinnbild des Inneren blieb, nämlich der wahren Huldigung Gottes im Geist und Wahrheit. Die Verschiedenheit zwischen dem geistigen und tierischen Menschen oder zwischen den Vernunfts- und Sinnenmenschen machte das Äußere und Innere notwendig. Die inneren geistigen Wahrheiten traten in Sinnbilder und Zeremonien eingehüllt ins Äußere, damit der tierische Sinnenmensch aufmerksam gemacht und nach und nach zu den inneren Wahrheiten geführt werden konnte. Der äußere Kultus war daher ein sinnbildlicher Typus der inneren Wahrheiten, der wahren Verhältnisse, nämlich der Menschen mit Gott. Diese bestanden in seinen Verhältnissen vor dem Fall, in dem Zustand seiner Würde, seiner Versöhnung und vollkommenen Aussöhnung. Auf diese drei Grundverhältnisse sind alle Sinnbilder des äußeren Kultus gebaut. Die Besorgung des äußeren Kultus wurde das priesterliche Geschäft genannt. Dieses Geschäft wurde in den ersten Zeiten von jedem Hausvater besorgt. Die Erstlinge der Früchte und der Tiere wurden Gott geopfert, die Erste als Sinnbild, dass alles, was uns nährt und erhält, von ihm kommt. Die Zweite als Sinnbild, dass der tierische Mensch ertötet, abgeschlachtet werden muss, um dem Geist und Vernunft Menschen Platz zu machen. Die äußere Gottesverehrung hätte sich nie von der Inneren trennen sollen, allein da die Schwäche des Menschen den Geist so gern in den Buchstaben vergisst, so erweckte der Geist Gottes unter allen Nationen immer die Lichtfähigsten und gebrauchte sich derer als seine Agenten, die Wahrheit und das Licht nach der Empfänglichkeit des Menschen überall anzufachen, um den toten Buchstaben mit Geist und Wahrheit zu beleben. Durch diese göttlichen Werkzeuge wurden die inneren Wahrheiten des Heiligtums unter die entferntesten Nationen gebracht und nach den Gebräuchen der Kulturfähigkeit und klimatischen Lage sinnbildlich nach ihrer Empfänglichkeit modifiziert, sodass die äußeren Typen aller Religionen ihren Kultus, Zeremonien und heiligen Bücher insgesamt die inneren Wahrheiten des Heiligtums nur mehr oder weniger deutlich zum Gegenstand haben und wodurch die Menschheit allein in den letzten Zeiten zur Allgemeinheit der Erkenntnis seiner einzigen Wahrheit geführt werden wird. Je mehr der äußere Kultus eines Volkes mit dem Geist der inneren Wahrheiten vereint blieb, je reiner war ihre Religion. Je mehr sich aber der sinnbildliche Buchstabe vom inneren Geist trennte, desto unvollkommener wurde die Religion, die endlich bei einigen gar in viel Götterei ausartete. Da der äußere Buchstabe gänzlich seinen inneren Geist verlor und das Tote zeremoniell übrig blieb, ohne Seele und Leben. Nachdem die Keime der wichtigsten Wahrheiten von den Lichtfähigen und Agenten Gottes unter alle Völker gebracht worden sind, wählte Gott ein bestimmtes Volk, um ein lebendiges Sinnbild aufzustellen, nach welcher Art und Weise er das ganze Menschengeschlecht in seinem jetzigen Zustande regieren und zu höchster Ausbildung und Vollkommenheit bringen wolle. Diesem oben genannten Volk setzte Gott selbst seine äußere gottesdienstliche Verfassung und zum Zeichen der Wahrheit gab er ihm alle gemeinschaftliche Sinnbilder und Zeremonien, wodurch die inneren großen Wahrheiten des Heiligtums gleichsam in Abdruck enthalten waren. Diese äußere Kirche weihte Gott in Abraham ein, gab ihr Gebote durch Moses und versprach ihr die Versicherung ihrer höchsten Vollkommenheit durch die doppelte Sendung Jesu Christi in seinem persönlichen Dasein in Armut und Leiden, in der Mitteilung seines Geistes, in der Herrlichkeit des Auferstandenen. Da nun Gott den Grund zur äußeren Kirche selbst legte, so machte die ganze Fülle der Sinnbilder des äußeren Kultus die Tempel- oder Priesterwissenschaft dieser Zeiten aus, und alle Geheimnisse der heiligsten inneren Wahrheiten wurden durch die Offenbarung in das Äußere gelegt. Die wissenschaftliche Kenntnis dieser heiligen Symbolik war die Wiederverbindungskunde des gefallenen Menschen mit Gott, und daher erhielt die Religion ihren Namen als Wiederverbindungslehre des getrennten, von Gott entfernten Menschen mit seinem Ursprung. Aus diesem reinen Begriff des Wortes Religion im Allgemeinen sieht man leicht ein, dass die Einheit der Religion im innersten Heiligtum liegt und dass die Vielheit der äußeren Religionen nie diese Einheit, die allem Äußeren zugrunde liegt, verändern noch schwächen kann. Die Tempelweisheit des alten Bundes wurde von Priestern und Propheten verwaltet. Dem Priester war das Äußerliche anvertraut, der Buchstabe des Sinnbilds, des Hieroglyphen. Die Propheten besorgten das Innere, den Geist, die Wahrheit, und ihre Beschäftigung war immer, die Priester vom Buchstaben zum Geist zurückzurufen, da sie den Geist manchmal zu vergessen und sich nur in Buchstaben aufzuhalten suchten. Die Priesterwissenschaft war die Wissenschaft der Kenntnis der äußeren Sinnbilder. Die Prophetenwissenschaft war die Wissenschaft und der praktische Besitz des Geistes und der Wahrheit dieser Sinnbilder. Im Äußeren lag der Buchstabe, im Inneren der lebendig machende Geist. Es war also in dem alten Bund eine Priester- und Prophetenschule. Jene beschäftigte sich mit den Sinnbildern und diese mit den Wahrheiten, die unter den Sinnbildern verstanden wurden. Die Priester waren im äußeren Besitz der Arche, des Schaubrots, des Leuchters, des Manna und des Stabs Aarons. Und die Propheten waren im Besitz der inneren geistigen Wahrheiten, die durch obige Sinnbilder äußerlich vorgestellt wurden. Die äußere Kirche des alten Bundes war sichtbar. Die innere war immer unsichtbar, musste unsichtbar sein und regierte doch alles, weil ihr allein Kraft und Macht anvertraut war. Wenn der äußerliche Gottesdienst den Inneren verließ, verfiel er. Und Gott bestätigte durch eine Reihe der merkwürdigsten Vorfälle, dass der Buchstabe ohne den Geist nicht bestehen kann, dass er nur da ist, um zum Geist zu führen und dass er überflüssig und von Gott selbst als verwerflich angesehen wird, wenn er seine Bestimmung verlässt. Wie der Geist der Natur sich in den ödesten Gründen ausbreitet, um alles zu beleben, zu erhalten und Wachstum zu geben, was das Wachstum empfänglich ist, so breitete sich der Geist des Lichtes im Inneren durch alle Nationen aus, um den rohesten Buchstaben überall durch den inneren Geist zu beseelen. So finden wir den Iob unter den Götzendienern, einen Melchisedek unter der fremden Nation, einen Josef bei den ägyptischen Priestern und Moses im Land Midian zum sprechenden Beweise, dass die innere Gemeinschaft der Lichtfähigen durch alle Zeitalter und Nationen in einem Geist und einer Wahrheit verbunden war. An alle diese Agenten des Lichts der inneren einzigen Gemeinde schloss sich der wichtigste aller Agenten, Jesus Christus selbst, in Mitte der Zeit an, als ein Priesterkönig nach der Ordnung Melchisedeks. Die göttlichen Agenten des alten Bundes stellten nur einzelne Vollkommenheiten Gottes dar. In der Fülle oder Mitte der Zeit musste eine mächtige Aktion erfolgen, die alles auf einmal, alles in einem zeigte. Ein Universaltyp erschien, der den bisherigen Zügen des Gemäldes volle Einheit gab, der ein neues Tor aufschloss und die Zahl der menschlichen Sklaverei tilgte, die Strenge zur Liebe erhob und als das emanierte Bild der Weisheit selbst, dem Menschen die ganze Größe seines Wesens zeigte, ihn nach allen Kräften neu belebte, der Unsterblichkeit versicherte und sein intellektuelles Wesen zum wahren Tempel des Geistes erhob. Dieser größte aller Agenten, dieser Welterlöser und Universalregenerator heftete seinen ganzen Blick auf jene Urwahrheit, wonach der Mensch sein Dasein erhalten und seine Würde wiedererlangen konnte, die er besaß. In dem Zustand seiner Erniedrigung legte er den Grund zur Menschen Erlösung und versicherte dieselbe durch seinen Geist einst vollkommen zu geben, wie er alles, was mit seinen Erwählten geschehen wird, im Kleinen unter seinen Aposteln wahrhaft gezeigt hat. Unter seinen Erwählten, denen er den Geist der Wahrheit sendete, setzte er die Kette der inneren Lichtgemeinde fort und vertraute derselben das höchste Urdepositum aller göttlichen und natürlichen Wahrheiten an, zum Zeichen, dass er seine innere Gemeinde ewig nicht verlassen werde. Da der Buchstabe und der sinnbildliche Kultus der äußeren Kirche des alten Bundes durch die Menschenwerdung des Erlösers in Wahrheit übergangen sind und sich in der Person des Erlösers verifiziert haben, so waren wieder neue Sinnbilder für das Äußere notwendig, welche im Buchstaben uns die zukünftige oder die ganze Vollendung der Erlösung zeigen. Nach diesen unwandelbaren Grundwahrheiten wurden die zeremonialischen Sinnbilder und Rituale der äußeren christlichen Kirche eingerichtet und verkündigten Dinge von unbeschreiblicher Stärke und von höchstem Gewicht, die sich nicht beschreiben lassen und die bloß denen bekannt waren, die das innerste Heiligtum kannten. Dieses innere Heiligtum stand immer unverändert und unwandelbar, obwohl das Äußere der Religion der Buchstabe durch Zeit und Umstände verschiedene Modifikationen erhielt und von den inneren Wahrheiten, die das Äußere als den Buchstaben nur erhalten können, abging. Der unheilige Gedanke, alles Christliche zu zivilisieren und alles Politische christianisieren zu wollen, veränderte das äußere Gebäude und überzog mit Finsternis und Tod, was im inneren Licht und Leben war. Es entstanden Spaltungen und Ketzereien und der sophistische Geist wollte den Buchstaben erklären, da er schon den Geist der Wahrheit verloren hatte. Der Unglaube brachte das Verderben aufs Höchste. Man suchte selbst das Gebäude des Christentums in seinen ersten Gründen anzugreifen und vermischte das heilige Innere mit dem Äußeren, das den Schwächen und der Unwissenheit gebrechlicher Menschen unterworfen war. Es entstand der Deismus, dieser erzeugte den Materialismus, welcher allen Zusammenhang des Menschen mit höheren Kräften für Einbildung hielt und endlich eine gänzliche Gottesverleugnung, teils durch Verstand, teils durch das Herz, die höchste und letzte Erniedrigung des Menschen. Bei allem dem blieb die Wahrheit im Inneren immer unerschüttert. Treu dem Geist der Wahrheit, der seine Gemeinde nie zu verlassen versprach, lebten die Mitglieder der inneren Kirche in ruhiger Stille und wirksamer Tätigkeit und vereinigten die Tempelwissenschaft des alten Bundes mit dem Geist des großen Erlösers des inneren Bundes. Demütig, den großen Augenblick erwartend, indem sie der Herr zusammenrufen, seine Gemeinde sammeln wird, um jeden toten Buchstaben die äußere Kraft und Leben zu geben. Diese innere Lichtgemeinde ist die Vereinigung aller Lichtfähigen und Erwählten und wird unter dem Namen Gemeinschaft der Heiligen verstanden. Dieser Lichtgemeinde war das Urdepositum aller Kräfte und Wahrheiten von jeher anvertraut und sie allein, wie Paulus sagt, war im Besitz der Wissenschaft der Heiligen. Durch sie wurden die Agenten Gottes in jedem Zeitalter gebildet, die aus dem Inneren ins Äußere heraustreten und Geist und Leben dem toten Buchstaben erteilten, wie wir schon erwähnt haben. Die Lichtgemeinde war von jeher die wahre Schule des Geistes Gottes und als Schule betrachtet hat sie ihren Lehrstuhl, ihren Lehrmeister, besitzt ein Exemplar, aus dem ihre Schüler studieren, Formen und Gegenstände, die sie studieren und eine Methode, nach der sie studieren. Sie hat auch ihre Stufen, nach welchen sich der Geist sukzessive entwickeln und immer höher und höher steigen kann. Die erste und unterste Stufe besteht im moralischen sittlich Guten, wodurch der einfältige, gottuntergeordnete Wille durch das reine Willensmotiv, welches Christus ist und das er durch den Glauben aufgenommen, zum Guten geleitet wird. Die Mittel, deren sich der Geist dieser Schule bedient, werden Einsprechungen genannt. Die zweite Stufe besteht im inwendigen Vernünftigen, wodurch der Gute und mit Gott Vereinigte den Verstand mit Weisheit und Licht der Erkenntnis krönet und die Mittel, welcher sich der Geist hierzu bedient, werden innere Erleuchtungen genannt. Die dritte Stufe endlich und die höchste ist gänzliche Ausschließung unseres inneren Sensoriums, wodurch der innere Mensch zu objektiver Anschauung metaphysischer, reeller Wahrheiten gelangt. Dieses ist die höchste Stufe, in der der Glaube ins Schauen übergeht. Und die Mittel, der sich der Geist hierzu bedient, sind reelle, himmlische Visionen. Dieses sind die drei Grade der wahren Weisheitsschule der inneren Lichtgemeinde. Der nämliche Geist, der die Menschen zu dieser Gemeinde befähigt, teilt diese Grade auch mit nach dem Mitwirken des befähigten Subjekts. Diese Weisheitsschule war immer die geheimste und verborgenste der Welt, denn sie war unsichtbar und nur der göttlichen Regierung unterworfen. Sie war dem Unfalle der Zeit und den Schwachheiten der Menschen nie ausgesetzt, denn nur die Fähigsten jederzeit wurden dazu gewählt, und der Geist, der sie wählte, konnte sich an seinen Subjekten nicht betrügen. Aus dieser Schule entwickelten sich die Keime aller erhabenen Wissenschaften und wurden dann erst von den äußeren Schulen aufgenommen und in andere Formen umgekleidet und manchmal verunstaltet. Diese innere Gesellschaft der Weisen teilte nach Zeit und Umständen allen äußeren Gesellschaften ihre Sinnbilder-Hieroglyphen mit, um den äußeren Menschen auf die großen Wahrheiten des Inneren aufmerksam zu machen. Alle äußeren Gesellschaften bestanden aber auch nur so lange, als diese innere Gesellschaft ihren Geist ihnen mitteilte. Sobald aber die äußeren Gesellschaften unabhängig von der Inneren sein wollten und den Tempel der Weisheit zu einem politischen Gebäude umstalten wollten, zog sich die innere Gesellschaft zurück und es blieb nichts als der gottlose Buchstabe. So waren alle geheimen äußeren Weisheitsschulen nur in Hieroglyphen gesteckte Vorhänge, die Wahrheit selbst blieb immer im Heiligtum, damit sie nie entweiht werden konnte. In dieser inneren Gesellschaft findet der Mensch Weisheit und mit ihr alles. Nicht die Weisheit der Welt, die nur wissenschaftliche Kenntnis und nicht Weisheit ist, die nur an der äußeren Hülle herumschleicht und nie den Mittelpunkt berührt, der aber alle Kräfte in sich hält. Man findet wahre Weisheit und Menschen, die ihr huldigen. Alle Zänkereien, alle Kontroversen, alle Gegenstände der falschen Weltklugheit, alle fremden Idiome, eitle Dissertationen, die unnützen Keime der Meinungen, die den Samen der Uneinigkeit streuen, alle Irrungen, Schismen und Systeme sind hier verbannt. Man findet hier weder Ehe-Abschneidung noch üble Nachreden. Jeder Mensch wird geehrt. Die Satire, der Witz, der sich so gern auf Unkosten des Anderen hervortut, ist unbekannt. Hier kennt man nur die Liebe. Verleumdung, dieses Ungeheuer, erhebt nie unter den Freunden der Weisheit ihr Schlangenhaupt. Menschenschöpfung ist hier allein bekannt. Hier beschnarcht man nicht die Fehler des Anderen. Hier macht man keine bitteren Vorwürfe über Vergehungen. Nachsichtig und liebevoll führt man den Wanderer auf den Weg der Wahrheit. Man sucht zu überzeugen, zu rühren und überlässt die Strafe der hellen Einsicht und dem Licht. Man hilft den Bedürfnisse ab, unterstützt die Schwäche, freut sich des Aufschwunges und der höheren Würde des Menschen. Das Glück, das Geschenk des Zufalls, erhebt keinen über den Anderen. Der allein schätzt sich am glücklichsten, den die Gelegenheit winkt, dem Anderen wohlzutun. Und diese Menschen alle, die nun ein Geist der Liebe, ein Geist der Wahrheit verbindet, machen die unsichtbare Kirche, die Gesellschaft des unsichtbaren Reichs des Inneren, unter einem einzigen Vorstand, der Gott ist. Man muss sich unter dieser Gemeinde keine heimliche Gesellschaft vorstellen, die zu gewissen Zeiten sich versammelt, ihre Vorsteher und Mitglieder wählt und sich gewisse Endzwecke festsetzt. Alle Gesellschaften, welche sie immer seien, müssen dieser inneren Gemeinde der weisen Art nachstehen. Sie kennt keine Formalitäten, die das Werk der äußeren Hülle, das Werk der Menschlichkeit sind. Im Reich der Kräfte verschwinden alle äußeren Formen. Gott selbst ist das immerbleibende Oberhaupt. Der beste Mensch des Zeitalters, der erste Vorstand, erkennt alle seine Mitglieder selbst nicht. Aber im Augenblick, wo Gottes Zweck es notwendig macht, sie kennenzulernen, trifft er sie in der Welt sicher an, um zu dem bestimmten Ziel zu wirken. Diese Gemeinde hat keinen äußeren Vorrang. Wer zum Wirken vor Gott gebraucht wird, ist der Erste. Er zeigt sich den anderen ohne Hochmut und wird von anderen aufgenommen ohne Neid. Müssen wahre Mitglieder zusammenkommen, so finden sie sich und kennen sich sicher. Keine Verstellung kann Platz haben, keine Larve, keine Heuchelei, keine Heimtücke decken die Charakterzüge dieser Gemeinde, denn sie sind zu originell. Die Maske, die Illusion ist abgezogen, alles erscheint in seiner wahren Gestalt. Kein Mitglied kann ein anderes wählen, die Wahl behält sich der Geist aller bevor. Berufen sind alle Menschen. Die Berufenden können gewählt werden, die reif zum Eingang geworden sind. Den Eingang kann jeder suchen und jeder, der im Inneren ist, kann den Eingang den anderen suchen lehren. Solange man nicht reif ist, wird man nicht ins Innere gelangen. Unreife Menschen würden Unordnungen in die Gemeinde bringen und Unordnung kann sich nicht mit dem Inneren vertragen. Dieses stößt alles zurück, was nicht homogen ist. Weltklugheit forscht vergebens diesem Inneren nach. Vergebens belauscht die List, die großen Geheimnisse, die da verborgen liegen. Für den, der nicht reif ist, ist alles hieroglyph. Er kann im Inneren nichts sehen, nichts lesen. Wer reif ist, schließt sich an die Kette an. Vielleicht oft da, wo er es am mindesten glaubt und wo er oft selbst nichts davon weiß. Reif zu werden suchen, muss das Bemühen desjenigen sein, der die Weisheit liebt. Aber es gibt auch Mittel, reif zu werden. In dieser heiligen Gemeinde ruht das Urdepositum der ältesten Urkunden des Menschengeschlechtes, nebst den Urgeheimnissen aller Wissenschaften. Sie ist die einzige wahre Lichtgemeinde, die im Besitz des Schlüssels aller Geheimnisse ist und das Innere der Natur und der Schöpfung kennt. Sie ist eine Bruderschaft, die an höhere Kräfte sich anschließt und in allen Völkern ähnlich Strebende hat. Sie ist eine Gesinnungsgemeinschaft geistig geweckter Menschen, die kein äußeres Band, keine Satzung und kein Vorsitzender zusammenhält, die auch in keine Kasse Beiträge zahlt, die sich persönlich meist nicht kennt, sondern die durch ihren Geist, wo immer sie sich zeigt, befruchtend auf ihre Nebenmenschen einwirkt. Karl von Eckartshausen Die Wolke über dem Heiligtum Dritter Brief Die Wahrheit, die im Innersten der Mysterien liegt, Ist der Sonne gleich Nur dem Auge eines Adlers, dem Gemüte eines Lichtfähigen, Ist es vergönnt, sie anzublicken. Geblendet wird der Blick jedes anderen Sterblichen Und Dunkelheit umhüllt ihn im Licht. Nie war das große Etwas, das im Innersten der heiligen Geheimnisse liegt, Dem Adlerblick des Lichtfähigen verborgen. Gott und die Natur haben keine Geheimnisse für ihre Kinder. Das Geheimnis liegt nur in unserer Schwäche, die nicht fähig ist, Das Licht zu ertragen Und die zu dem keuschen Anblick Der nackten Wahrheit Noch nicht organisiert ist. Diese unsere Schwäche ist die Wolke, Die das Heiligtum deckt. Diese ist der Vorhang, Der den Eintritt In das Allerheiligste verhindert. Damit aber der Mensch das verlorene Licht, Die verlorene Kraft, Seine verlorene Würde, Wiedererlangen könne, So ließ sich die liebende Gottheit Zu der Schwäche ihrer Geschöpfe herab Und schrieb die inneren ewigen Wahrheiten Und Geheimnisse Auf die Außenseite der Dinge, Damit der Mensch den Buchstaben wieder erhalten Und sich durch selben zu dem Geist aufschwingen konnte. Diese Buchstaben sind die Zeremonien Oder das Äußere der Religion, Die zum inneren, tätigen, lebensvollen Geist Der Wiederverbindung mit Gott führen. Solche Buchstaben sind auch die Hieroglyphen der Mysterien, Die Abrisse und Abzeichnungen innerer heiliger Wahrheiten, Die dieser hieroglyphische Vorhang bedeckt, Der vor das Heiligtum gezogen ist. Die Religion und die Mysterien reichen sich die Hände, Die Menschen, unsere Brüder alle, Zu einer Wahrheit hinzuführen. Beide haben eine Umkehrung, Eine Erneuerung unseres Wesens zum Zweck. Beide zielen auf den Wiederauferbau eines Tempels, Worin Weisheit mit Liebe oder Gott mit dem Menschen wohnt. Die Religion und die Mysterien aber wären äußerst unnütze Erscheinungen, Wenn ihnen nicht die Gottheit wahrhaft und tätige Mittel gegeben hätte, Ihre großen Zwecke zu erreichen. Diese Mittel lagen aber immer in dem innersten Heiligtum. Die Mysterien sind bestimmt, der Religion einen Tempel zu bauen, Und die Religion ist bestimmt, in demselben die Menschen mit Gott zu vereinen. Von solcher Größe ist die Religion, Von solcher hohen Würde sind die Mysterien aller Zeiten. Es wäre beleidigend für Sie, meine lieben Brüder, Wenn wir je denken könnten, Dass Sie jemals die heiligen Geheimnisse nicht von diesem wahren Gesichtspunkt ansehen, Von welchem sie angesehen werden müssen. Von dem Gesichtspunkt, Der dieselben als das einzige Mittel darstellt, Wodurch sich die in die heilige Burbildersprache gehüllte Lehre Der wichtigen Wahrheiten über Gott, die Natur und den Menschen Nur in ihrer Reinheit und Wahrheit zu erhalten imstande war. Wahrheiten, die nach und nach unter den Profanen In die gewöhnliche Menschensprache übersetzt, Immer undeutlicher und unverständlicher wurden. Die Mysterien, wie Sie wissen, meine lieben Brüder, Versprechen Geheimnisse, Die immer ein Erbteil weniger Menschen sein und bleiben werden. Geheimnisse, die sich weder verkaufen, Noch auf dem Katheter öffentlich leeren lassen. Geheimnisse, für die nur ein Herz empfänglich ist, Das nach Weisheit und Liebe ringt Und in welchem Weisheit und Liebe bereits erweckt worden sind. Der, in welchem diese heilige Flamme erweckt worden ist, Lebt wahrhaft glücklich, mit allem zufrieden Und im Zwange selbst frei. Er sieht den Grund menschlicher Verderbnisse ein Und erkennt ihre Unvermeidlichkeit. Er hasst keinen Verbrecher, Ihr bedauert ihn, Sucht dem Gesunkenen aufzuhelfen, Den Verirrten zurechtzuführen, Löscht den glimmenden Docht nicht aus Und zerknickt nicht ganz das zerbrochene Rohr, Weil er fühlt, Dass ungeachtet alles Verderbens Im Ganzen noch nichts verdorben ist. Er durchschaut mit einem geraden Blicke Die Wahrheit aller Religionssysteme In ihrem ersten Grunde. Er kennt die Quellen des Aberglaubens Und des Unglaubens Als Modifikationen der Wahrheit, Die noch nicht Ihr Gleichmaß erhalten hat. Von diesem Gesichtspunkt aus, Liebe Brüder, Sind wir versichert, Dass Sie den Mystiker betrachten Und seiner königlichen Kunst Nichts zu Schulden legen, Was abgesonderte Wirksamkeit Einzelner nach Zeit und Umständen Daraus gemacht haben. Mit diesen Grundsätzen, Die ganz die Unserigen sind, Werden Sie die Religion Und die Geheimnisse Der heiligen Schulen der Weisheit Als Schwestern betrachten, Die Hand an Hand Für das Wohl aller Menschen Seit der Notwendigkeit Ihrer Entstehung gewacht haben. Die Religion teilt sich In eine Äußerliche und Innerliche. Die Äußerliche hat den Kultus Und die Zeremonien Und die Innerliche die Anbetung Im Geist und Wahrheit Zum Gegenstand. Auch die Weisheitsschulen Teilen sich in Äußerliche Und Innerliche. Die Äußerlichen besitzen Den Buchstaben der Hieroglyphen, Die Innerlichen den Geist Und den Sinn. Die Äußere Religion Wird mit der Inneren Durch die Zeremonien verbunden. Die Äußere Schule der Mysterien Verbindet sich durch die Hieroglyphen Mit der Inneren. Wir nähern uns aber nun der Zeit, Wo der Geist Den Buchstaben lebendig machen muss, Wo die Wolke verschwinden wird, Die das Heiligtum deckt, Wo die Hieroglyphen in Anschauung Und die Wörter in Verstand Übergehen werden. Wir nahen uns der Zeit, Die den großen Vorhang teilen wird, Der das Allerheiligste verhüllt. Der Verehrer der heiligen Geheimnisse wird sich nicht mehr durch äußerliche Worte Und Zeichen zu erkennen geben, Sondern durch den Geist der Worte Und die Wahrheit der Zeichen. So wird auch die Religion Nicht mehr nur äußerliches Zeremoniell sein, Sondern die inneren, Heiligen Geheimnisse Werden in den äußeren Kultus Übergehen, um die Menschen Zur Anbetung Gottes In Geist und Wahrheit Vorzubereiten. Bald wird die dunkle Nacht Der Bildersprache verschwinden, Das Licht wird den Tag gebären, Und das heilige Dunkel Der Geheimnisse Wird im Glanz Der höchsten Wahrheit dastehen. Die Wege des Lichts Sind für die Erwählten Und Lichtfähigen bereitet. Das Licht der Natur, Das Licht der Vernunft Und das Licht der Offenbarung Werden sich einen. Der Vorhof der Natur, Der Tempel der Vernunft Und das Heiligtum der Offenbarung Werden nur einen Tempel mehr bilden. So wird der große Bau vollendet werden, Der in der Vereinigung des Menschen Mit der Natur und mit Gott besteht. Vollkommene Menschenkenntnis, Vollkommene Naturkenntnis, Vollkommene Gotteskenntnis Werden die Lichter sein, Welche den Führern der Menschheit Leuchten werden, Und von allen Seiten Die Menschen, Ihre Brüder, Von den dunklen Wegen Der Vorurteile Zur reinen Vernunft Und von den Pfaden Stürmischer Leidenschaften Auf die ruhigen Wege Der Gelassenheit Der Tugend zu führen. Die Krone Der Weltbeherrscher Wird reine Vernunft Ihr Zepter tätige Liebe sein Und das Heiligtum Wird ihnen Salbung Und Kraft geben Den Verstand der Völker Von Vorurteilen Und Finsternis Das Herz von den Leidenschaften Der Selbsthilfe Und des Eigennutzes Und ihre physische Existenz Von der drückenden Armut Und der schmachtenden Krankheit Zu befreien. Wir nähern uns Dem Reich des Lichts Dem Reiche der Weisheit Und der Liebe Dem Reiche Gottes Der die Quelle des Lichts ist. Brüder des Lichts Es gibt nur eine Religion, Deren einfältige Wahrheit Sich in alle Religionen Gleichsam wie im Zweige Geteilt hat, Um von der Mannigfaltigkeit In eine Religion Wieder zurückzukehren. Söhne der Wahrheit, Es gibt nur einen Orden, Nur eine Verbrüderung, Nur eine Verbindung Gleichdenkender Lichtfähiger, Das Licht zu erreichen, Aus dessen Mittelpunkt Das Missverständnis Unzählige Orden errichtet hat, Damit alle aus der Mannigfaltigkeit der Meinungen Zu der einzigen Wahrheit Und wahren Verbindung Zurückkehren können, Die die Verbindung Der Lichtfähigen Oder die Gemeinschaft Der Erwählten ist. Nach diesem Maßstabe Sind alle Religionen Und alle Menschenverbindungen Zu messen. Das Mannigfaltige liegt In dem Zeremoniell Des Äußern, Die Wahrheit ist nur eine Im Innern. Die Mannigfaltigkeit Der Verbrüderung liegt In der Mannigfaltigkeit Der Auslegung Der Hieroglyphen Nach Zeit, Bedürfnissen Und Umständen. Die wahre Gemeinschaft Des Lichts Kann nur eine sein. Alles Äußere ist Hülle, Die das Innere verdeckt. So ist auch alles Äußere Buchstabe, Der sich immer Vervielfältigt, Aber die Einfalt Des Geistes im Innern Nie verändert, Nie schwächt. Der Buchstabe war notwendig. Wir mussten ihn finden, Zusammensetzen, Lesen lernen, Um den inneren Sinn, Um den Geist Wieder zu erreichen. Alle Irrungen, Alle Spaltungen, Aller Missverstand, Alles, was in Religion Und geheimen Verbindungen Zu so viel Irrungen Anlass gab, Betrifft alles Den Buchstaben. Der Geist blieb Immer unbetastet Und heilig. Alles betrifft Den äußeren Vorhang, Worauf die Hieroglyphen, Zeremonien und Rituale Geschrieben waren, Nichts rührte das Innere. Alles, was Irrtum, Missverstand, Selbstsucht, Eigennutz und Habsucht Missbraucht haben, War das Äußere, Das, was auf der Tapete war, Was auf dem Vorhang Gezeichnet stand, Das, was hinter selbem war, Blieb rein und heilig. Nun nähert sich aber die Zeit Der Vollendung Der Lichtsuchenden, Lichtfähigen, Der Erwählten. Es nähert sich die Zeit, Wo das Alte mit dem Neuen, Das Äußere mit dem Inneren, Das Obere mit dem Unteren, Das Herz mit der Vernunft, Der Mensch mit Gott Verbunden werden soll, Und diese Epoche Ist im jetzigen Jahrhundert Vorbehalten. Fragt nicht, Geliebte Brüder, Warum Dem jetzigen Jahrhundert? Alles hat seine Zeit Für Wesen, Die in Zeit und Raum Eingeschlossen sind. So sind die Unveränderlichen Gesetze Der Weisheit Gottes, Die alles ordnet Nach Harmonie Und Vollkommenheit. Die Erwählten mussten erst Um Weisheit und Liebe ringen, Bis sie fähig wurden, Die Macht zu verdienen, Welche die unveränderliche Gottheit Nur dem Weisen Und Liebenden Geben kann. Der Morgen Wird in der Nacht erwartet, Dann geht die Sonne auf Und endlich Tritt sie an den hellen Mittag, Wo aller Schatten Vor ihrem geraden Lichtstrahl Verschwindet. Erst musste der Buchstabe Der Wahrheit sein. Dann kam der praktische Ausleger, Die Wahrheit selbst, Und nach ihr Kann erst der Geist Der Wahrheit kommen, Der die Wahrheit bestätigt Und die Siegel auflegt, Die das Licht verschließen. An sie, meine verehrten Brüder, Die sie nach Wahrheit strebten, Die sie treu die Hieroglyphen Der heiligen Geheimnisse In ihrem Tempel bewahrt hatten, An sie wendet sich Der erste Lichtstrahl, Der durch die Wolken Der Geheimnisse bricht, Um ihnen den nahen Mittag Und die Schätze zu verkünden, Die ihr mitbringt. Fragen sie nicht, Wer die sind, Die an sie schreiben. Sehen sie auf den Geist, Nicht auf den Buchstaben, Auf die Sache, Nicht auf die Personen. Kein Eigennutz, Kein Stolz, Keine unedle Absicht Herrscht in unseren Hallen. Wir kennen den Zweck Der Menschenbestimmung Und das Licht, Das uns leuchtet, Bewirkt all unsere Handlungen. Wir sind namentlich berufen, An sie, Im Licht geliebte Brüder Zu schreiben Und das Kreditiv Unseres Auftrages Sind die Wahrheiten, Die wir besitzen Und die wir ihnen Bei dem geringsten Wink Und Maß der Empfänglichkeit Mitteilen werden. Mitteilung ist dem Licht eigen, Wo Lichtaufnahme Und Lichtempfänglichkeit ist, Es dringt sich aber nirgends auf Und erwartet Ruhige Aufnahme. Unser Wille, Unser Zweck, Unser Auftrag ist, Überall den Hieroglyphen, Den Geist, Den leblosen Zeichen, Die lebendige Wahrheit zu geben. Überall das Untätige tätig, Das Tote lebendig zu machen. Wir können aber dieses alles Nicht aus uns, Sondern durch den Lichtgeist dessen, Der Weisheit und Liebe Und das Licht der Welt ist Und auch euer Geist Und euer Licht Werden will. Bisher war das innerste Heiligtum Von den Tempeln getrennt Und der Tempel von denen angefeindet, Die in den Vorhöfen standen. Es kommt die Zeit, Wo sich das innerste Heiligtum Wieder mit dem Tempel vereinen muss, Damit die, die im Tempel sind, Auf die wirken können, Die in den Vorhöfen leben, Bis die Vorhöfe hinausgeworfen werden. In unserem Heiligtum, Das im Innersten liegt, Sind alle Geheimnisse des Geistes Und der Wahrheit rein aufbewahrt. Sie konnten nie von den Unheiligen Entheiligt, Noch von den Unreinen Befleckt werden. Dieses Heiligtum ist unsichtbar Wie eine Kraft, Die man nur in der Wirkung kennt. Aus dieser kurzen Schilderung, Liebe Brüder, Werden Sie uns kennen, Wer wir sind. Und es wird überflüssig sein, Ihnen zu versichern, Dass wir nicht unter die Unruhigen Köpfe gehören, Die in der bürgerlichen Welt Ein Ideal ihrer Fantasie Errichten wollen. Wir gehören auch nicht unter die, Die in der Welt eine große Rolle Zu spielen verlangen Und Wunderdinge versprechen, Die sie selbst nicht kennen. Wir gehören auch nicht unter Die Unzufriedenen, Die sich an gewissen Ständen Gern rächen möchten Oder welche Herrschsucht, Abenteurerei und Schwärmerei Zum Zweck haben. Wir können Ihnen versichern, Dass wir zu keiner Sekte Und keiner Verbindung gehören, Als zu der großen und wahren Verbindung aller Lichtfähigen Und dass keine Partei, Welche sie immer ist, Auf uns den geringsten Einfluss habe. Wir gehören auch nicht unter die, Die sich berechtigt glauben, Alles nach ihren Plänen Zu unterjochen Und sich die Arroganz anmaßen, Alle Gemeinschaften Zu konstituieren. Wir können Ihnen nur Bei Treue und Glauben versichern, Dass wir das Innerste Der Religion und der heiligen Mysterien Genau kennen. Und dass auch das, Was im Innersten derselben zu liegen, Immer geahnt worden, Wirklich unser Besitz ist. Und dass eben dieser Besitz Uns die Kraft gibt, Uns unseres Auftrages halber Zu legitimieren Und überall dem toten Hieroglyph Und den Buchstaben Geist und Leben zu erteilen. Die Schätze unseres Heiligtums Sind groß. Wir haben den Sinn und den Geist Zu allen Hieroglyphen und Zeremonien, Die von dem Schöpfungstage an Bis auf diese Zeiten existiert haben, Und die innersten Wahrheiten Aller heiligen Bücher, Nebst den Ritualgesetzen Der ältesten Völker. Wir besitzen ein Licht, Das uns salbt Und wodurch wir das Geheimste Und Innerste der Natur verstehen. Wir besitzen ein Feuer, Das uns nährt und Kraft gibt, Um auf alles, Was in der Natur ist, Zu wirken. Wir besitzen einen Schlüssel, Um die Quellen der Geheimnisse Aufzuschließen Und einen Schlüssel, Die Werkstätte der Natur Zu verschließen. Wir besitzen die Kenntnis Eines Bundes, Uns mit höheren Welten Zu verbinden Und Laute und Dinge Aus diesen höheren Welten Zu versinnlichen. Alles Wunderbare in der Natur Ist der Macht Unseres Willens untergeordnet, Der mit der Gottheit Geeint ist. Wir besitzen die Wissenschaft, Die Ideen nur aus der Natur Selbst schöpfen zu können, Wo kein Irrtum ist, Sondern nur Wahrheit Und Licht. In unserer Schule Kann alles gelehrt werden, Denn unser Lehrmeister Ist das Licht selbst Und sein Geist. Die Fülle unseres Wissens Ist die Kenntnis Der Verbindung der göttlichen Welt Mit der geistigen, Der geistigen mit der elementarischen Und der elementarischen Mit der materiellen. Durch die Kenntnisse Sind wir imstande, Die Geister, Die Natur, Das Herz des Menschen Zu ordnen. Unsere Wissenschaften Sind das versprochene Erbgut Der Erwählten Oder Lichtfähigen Und die Praktik Unserer Wissenschaften Ist die Fülle Die Erde von der Sonne Und denen wir so nahe sind, Als es das Licht Dem Innersten Aller Wesen ist. Aber unsere Absicht Ist nicht, Ihre Neugierde zu reizen, Nur innere Überzeugung Und der Durst Nach Menschenwohl Unserer Brüder Muss den Lichtfähigen Zur Quelle treiben, Wo sein Durst Nach Weisheit gestillt Und sein Hunger Nach Liebe Gesättigt werden kann. Weisheit und Liebe Wohnt in unseren Hallen. Da herrscht kein Zwang. Wahrheit Ihrer Reize Ist unsere Zaubermacht. Versichern können wir Ihnen Dass Schätze von unendlichem Wert In unseren innersten Geheimnissen liegen, Die eine solche Simplizität verhüllt, Dass sie dem stolzen Wissenschaftlichen Gelehrten Immer unzugänglich bleiben werden. Schätze, Die manchen profanen Torheit und Ärgernis Uns aber wahre Weisheit sein Und bleiben werden. Segen für Sie, meine Brüder, Wenn Sie diese große Wahrheiten Fühlen. Die Wiedererlangung Des dreifachen Wortes und seiner Kraft Wird ihr Lohn sein. Ihre Seligkeit, Kraft zu haben, Dass sie beitragen können, Die Menschen mit Menschen Und mit Natur und Gott Zu vereinen, Welches die wahre Arbeit Jedes Bauenden ist, Der den Erdstein Nicht verworfen hat. Wir haben nun unseren Auftrag erfüllt Und Ihnen die Annäherung Des hohen Mittags Und die Wiederverbindung Des innersten Heiligtums Mit dem Tempel verkündigt. Das Übrige überlassen wir Ihrem freien Willen. Wir wissen es wohl Zu unserem bitteren Leidwesen, Dass, wie der Erlöser Persönlich verkannt, Verlacht und verfolgt worden ist, Als er in seiner Armut kam, Dass ebenso sein Geist, Der in der Herrlichkeit Erscheinen wird, Von vielen wird Zurückgestoßen und verlacht werden. Allein dessen ungeachtet Muss auch die Ankunft Seines Geistes In den Tempel verkündigt werden, Damit erfüllt wird, Was geschrieben steht. Ich habe an euren Türen geklopft Und ihr habt mir nicht aufgemacht. Ich habe gerufen Und ihr habt meine Stimme Nicht gehört. Ich habe euch zur Hochzeit geladen Und ihr wart mit anderen Dingen Beschäftigt. Der Friede des Lichts Und sein Geist Sei mit ihnen. Und sie werden nichts